Eine Spule mit 100 Windungen, deren Widerstand 6 Ohm beträgt, umkreist eine Fläche von 80 Quadratzentimetern. Mit welcher Geschwindigkeit muss ein zur Spulenachse paralleles Magnetfeld variieren, um einen Strom von 1 mA zu induzieren. Wir schalten hier den Strom ein und so entsteht dieses Magnetfeld B, das parallel zur Spulenachse ist. Diese Spule enthält 100 Windungen, also N gleich 100. Der Widerstand R beträgt 6 Ohm. Die Querschnittsfläche hat einen Flächeninhalt Groß A von 80 Quadratzentimetern, d.h. 8 mal 10 hoch minus 3 Quadratmeter. Die Stärke des induzierten Stroms beträgt 1 mA, also 10 hoch minus 3 Ampere. Gefragt wird dieser Bruch Delta B auf Delta T, den wir in Tesla pro Sekunde ausdrücken. Und um diesen Bruch herauszufinden, nutzen wir selbstverständlich diese Formel zur induzierten Spannung in einer Spule, aber auch das Gesetz von Ohm, weil ja hier R und I angegeben sind. Legen wir los mit dieser ersten Formel, da ist sie. In der Variation vom magnetischen Fluss bleibt die Fläche Groß A konstant. Das einzige, was hier also ändert, das ist B, die Magnetfeldstärke. Demzufolge ist Delta Phi gleich zu Delta B mal A. Durch das Gesetz von Ohm wissen wir, dass die induzierte Spannung gleich ist zum Widerstand mal die Stärke des induzierten Stroms. Jetzt kombinieren wir diese zwei Formeln und finden daraus, dass Delta B geteilt durch Delta T, Bruch, den wir suchen, gleich ist zu minus diesem Bruch. Hier brauchen wir nur noch R zu ersetzen durch 6, Iint zu ersetzen durch 10 hoch minus 3, Groß A zu ersetzen durch 8 mal 10 hoch minus 3 und Groß N zu ersetzen durch 100. Und somit finden wir für Delta B geteilt durch Delta T minus 7,5 mal 10 hoch minus 3 Tesla pro Sekunde.